Leute, herzlich willkommen zu einem neuen täglich dober. Ja, ihr hört es ja vielleicht schon, meine Stimme ist etwas belegt. Mein Plan ist, wie Barney zu machen und super zu sein anstatt krank. Hat nicht so ganz funktioniert, ich habe es ein wenig erwischt. Witzigerweise hat heute an dem Tag, wo ich dieses Video aufnehme, der Quantum auch seinen Vlog veröffentlicht war, sagt, dass er krank ist. Digga, bei uns läuft echt immer gleich, oder? Zum einen, wir löschen so die Aufnahmen, dann jetzt sind wir beide gleichzeitig krank. Ich fange ja morgen an zu arbeiten und das ist echt richtig geil, einen Tag vorher krank zu werden. Ich werde natürlich nicht krank machen, ganz klar, weil Arbeit geht einfach vor. Ich kann nicht schon am ersten Tag fehlen, das wäre ja auch total bescheuert. Ich werde jetzt gucken, dass ich mich noch heute ein bisschen ausruhe, dass es morgen um einiges besser geht. Ich hoffe, es wird irgendwas. Wir werden sehen, ne? Ich werde mir jetzt gleich leckere Yum-Yum-Suppen machen. Wir waren letztens beim Ritwan und die Mom, die kauft die immer und die weiß, dass ich die extrem feiere, die Suppen. Da hat sie gesagt, her, nimm mit. Also wir haben eine Tüte voll damit. Also von daher, genug Vorwart jetzt. Ja, wie gesagt, jetzt ein bisschen auskurieren. Vielleicht nehme ich nachher noch ein entspannendes Erkältungsbad, wer weiß. Aber deswegen jetzt heute auch einfach nur wieder so ein Laber-Video, wo ich einen Montager mache. Ja gut, ich werde schon einen Cuts reinmachen. Ja, aber in dem Zuge sage ich, wenn es euch gefallen hat, nein, Quatsch, ich kann ja alles, ist egal. Ja, wünscht mir einfach Glück morgen bei meinem ersten Arbeitstag. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Vlog. Bis dahin, haut rein. Fua!